Als nächstes, meine lieben Freunde, haben wir eine kleine Böller-Tour für euch am Start. Wir haben sehr, sehr viel verschiedenen Staff, mit dabei einen Funke Geysir-Kaliber A in Rot. Geile ist an dem, dass der F1 ist. Alles hier ist F1, auch die Funke Luftheuler, könnt ihr hier sehen. Kategorie F1, Silberfontäne von Funke und verschiedenen anderen Staff. Ich würde sagen, wir machen das jetzt. Wir fangen an mit den vier Pistolen. Mach ich auch mal eine, Alter. Jawohl, ab dafür. Ganz geiler Staff. So, als nächstes würde ich sagen, machen wir mal weiter mit den Camilla Flower Mini. Guck mal, was die so drauf haben. Wieder ein Einzelinteresse auf Schlag? Oder wollen wir alle auf Schlag einzeln? Alle auf Schlag rein. Jeder kennt F1, jeder weiß, was das ist. Deswegen gibt es hier Aufschlag-Action in jedem Video. Geil, weiter geht's. Mit den Silberwirbeln direkt hinterher. Erstmal die Wirbel-Action. Der geile Stuff gibt es Richtung Ende. Guck mal, was das so drauf hat. Silberwirbeln. Keine Sorge, wir räumen den Müll noch alles weg. Die sehen relativ gleich aus irgendwie, oder? Fast gleich ist das so. Ob die Wände auch nicht viel kommt. Ne. Ich weiß nicht, ob die wirklich so Silber sind. Krass. So? Ja. Grinder. Ab dafür. Naja, so Silber sind die jetzt nicht. Ich dachte, es ist nicht einfach einer, dass wir da hinten fliegen. Lass kurz auf sein, das ist ein Hund. Die Spinner. Erstmal ein. Aus dem 40er Spinner-Pack. Einen einzeln. Super funktioniert. Dann den Rest auf Schlag. Für beide, wenn man euch fragt, wer das so schreit, das sind jemals Mädchen, die spielen. Ordentlich, Digga. Ordentlich. So, weiter geht's mit den Dragon X. Habe ich auch zwei davon. Komm, mach. Alter, ist runtergefüllt? Alter, ist runtergefüllt? Scheiße. Da ist er. Komm, mach. Alle auf Schlag, oder? Oder alle einzeln. Mach alle einzeln. Ab dafür. Super funktioniert. Geil. Ordentlich. Oha. Krass. Krass, krass, krass. So. Nein. Wir machen die Belzebue. Wie heißen die? Die Belzebue. Die Belzebue. Die Belzebue. Aber die sind geil. Warte ab, die sind wirklich geil. Die machen wir einzeln. Die sind wirklich geil. Wenn die sich drehen, drehen die sich richtig gut. Ich hoffe, die drehen sich. Der hat die Kappe verloren. Und die anderen zwei noch hinterher. Die anderen zwei noch hinterher. Ja. Sind ganz geil. So, weiter geht's. Die Luftpfeifer von Leslie. Man kennt sie. Geiler Shit. Jetzt. Machen wir aber nicht alle. Drei, vier Stück müssen reichen. Alle. Werf einfach drei, vier Stück fertig ist. Normale Luftpfeifer, wie man sie kennt. Hinterher würde ich sagen, machen wir dafür die legendären Luftpfeifer. F1. Eigentlich waren die P1. Oder sind die jetzt P1. Aber die waren ja mal F1. So. Machen wir. Abfahrt. Der Profi. Jawohl. Und einen noch hinterher. Komm. Super funktioniert. Super funktioniert. So. Als nächstes. Machen wir, würde ich mal sagen, eine kleine Bengale. Action, oder? Kann man die in der Hand heben? Denkst du, die macht bumm? Geil. So macht sie safe bumm. Hey, mal. Du bist der Kameramann. Gucken wir mal, was die so drauf hat. Ich weiß nur nicht, wo ich die anzünden muss. Gucken wir mal, was die so drauf hat. Am Ende macht die wirklich bumm in meiner Hand. Das wäre, glaube ich, nicht so toll. Hui. Säge. F1. 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 geiles teil auf jeden fall weiter geht's so weiter geht's mit silberfontäne und danach zum highlight silberfontäne von funke ich liebe diese teile so klein aber fein und hinterher gibt es das highlight und zwar den geysir kaliber a in rot f1 baut immer so auf dass der nicht umfällt dann wird es nämlich geiler kann sein dass er trotzdem umfällt bisschen abstand jetzt nicht erschrecken ist nur f1 ist umgefallen egal die wirkung hat es trotzdem so das war es auf jeden fall mit der kleinen böllertuch für euch ich hoffe euch hat es gefallen danke fürs zuschauen wir sehen uns im nächsten video